Ich begrüße euch, mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin Astrologin und Kartenlegerin und durch meine mediale Fähigkeiten vermittle ich auch Botschaften. Und diese Aufnahme ist eine Beratung und das darf ich veröffentlichen, natürlich mit Nickname. Und erst mal möchte ich die Situation beschreiben von der Dame, wo mir diese E-Mail geschrieben hat und Fragen gestellt hat. Also so viel darf ich mal vermitteln. Sie beendet bald ihr Studium. Und es sind zwei Richtungen, ein Hauptfach, ein Nebenfach. Die Frage ist nun, welche Richtung ist ihre Berufung und ob das die wahre Berufung ist. Also wie soll sich beruflich orientieren. Dann die nächste Frage ist, ob sie noch die Studium weitermachen soll, obwohl sie fühlt sich da etwas erschöpft. Und finanziell noch abhängig dadurch von dem Elternhaus, obwohl sie auch arbeitet noch nebenbei, wo sie auch wohl fühlt. Und dann die Beziehung, wie wird das, ob sie zusammenziehen. Und die nächste Frage ist, ob das richtig wäre, ein Ortswechsel. Also hier geht es um Orientierung, beruflich hauptsächlich, wo liegt die wahre Berufung, was kommt und wie entwickelt sich die Partnerschaft. Die Nickname ist Aurora und ich darf dich persönlich mal ansprechen, liebe Aurora, weil das ist dein Video, das ist dein Kartenblatt. Und jetzt fangen wir an, dieses Kartenblatt zu deuten. Ich ziehe mich etwas zurück, damit ich das Bild auch sehen kann. Also du bist hier im Kartenbild. Die Wolke, überhalb von dir, wo auch die Gedanken auch bedeutet, also die Gedankenwelt, aber bist in Verbindung auch mit dieser Kartenwolke, so empfindest du momentan deine Situation, dass etwas bewölkt ist. Und wenn etwas bewölkt, dann heißt es Unklarheit. Dann vor dir liegt die Karte Bär, was in deiner Situation, wo eigentlich noch nicht in einer festen Arbeit sprechen können, sondern es ist ein Studium, bedeutet in diesem Fall deine eigene Kraft. Und das zeigt mir dieses Kartenbild bezüglich auch auf dem Baum und das Schlüssel, Schlüssel sagt aus, was mit Sicherheit, die Baum kränkt ein bisschen etwas, womit ich jetzt nicht behaupten möchte, dass du krank bist, auf keinen Fall, aber es ist alles zu viel. Dir fehlt gerade die Kraft. Eigentlich, das entspricht auch, was du geschrieben hast. Orientierungslosigkeit bezüglich beruflich. Liegt auch die Berufskarte da in der gleichen Reihe. Also die Karten haben Verbindung, also berufliche Orientierung, Unklarheiten und deine eigene Kraft, was sich so momentan körperlich ein bisschen belastet. Dann haben wir hier nochmal in deinem Gedankenbild, nochmal diese Verbindung. Das ist Verbindungen oder ein Vertrag. Also du magst Gedanken über einen Vertrag. Was für Vertrag das ist, da sind auch die Fuchs dabei, wo vielleicht dieser Gedanke bezüglich auf diesem Vertrag kein guter Gedanke ist, keine gute Idee. Der Fuchs bedeutet Falschheit. Hier geht es nicht darum, dass jetzt eine falsche Person da ist, sondern dieser Gedanke, einen Vertrag zu unterschreiben, dieser Gedanke wäre die falsche Richtung. Was ich noch erkennen kann bezüglich zu dir, weil hier ist mit dieser Karte auch verbunden, das ist die Fisch. Hier bist du, dann die Schiff und hier diese Karte, was Gespräche bedeuten kann oder die Zahl 2. Und hier liegt auch die Berufskarte mit dabei. Und das wäre hier die Finanzkarte. Also hier mit diesen Karten bist du persönlich verbunden. Das kann sein, dass dir das noch nicht ganz klar ist, weil der Blick richtet sich in andere Richtung. Aber wo hier die Finanzen verbessern kannst, später hier unterhalb dir liegt diese Karte nicht im Gegenwart Situation bezüglich auf diesem Verbindung, sondern als Zeitkarte nächstes Jahr. Also nächstes Jahr kannst du die Finanzen verbessern, wenn du in diese Richtung mal Gedanken machst. Und diese Auslandskarte liegt auch die Berufskarte dabei und das Vertrag. Wenn ich diese drei Karte betrachte, das Berufskarte, der Anker, dann die Schiff als Auslandskarte und das Brief, bedeutet für mich auch Kontakte, schriftliche Kontakte, aber auch Vertrag. Das Kind diesbezüglich zeigt die Neuigkeiten an. Hier mal Gedanken machen, weil das erscheint mir im Kartenbild, dann in deinen Gedankenwelt, obwohl jetzt momentan noch in andere Richtung schaust. Aber deinen Blickwinkel kannst du jederzeit ändern, also mal umdrehen und mal das auch wahrnehmen. Liegt auch die Sonne dabei, was auch Sommermonat bedeuten kann. Kann auch bedeuten, dass dieser Ausland Südland ist, ist aber auch bedeutet Klarheit. Wenn in deinen Gedanken ein bisschen in andere Richtung schaust und mal diese Karten hier wahrnimmst und das ist die Neuanfang beruflich, die Neuorientierung, dann die Gespräche dabei und diese Sonne und die Schiff kann ich, habe ich mehrere Bedeutungen dazu, das kann im Südland sein, aber auch die Klarheit sein. Etwas Richtung, also eine Richtung, das was mit Ausland zu tun ist. Das kann Touristik sein, das kann Reisen sein, das kann Fremdsprache sein, das kann ein Arbeitgeber sein, der ausländische Kontakte hat. Hier ist meine Intuition gefragt, wie ich das dir vermittle. Und meine Intuition sagt an, und dabei hilft mir diese Karte Kind, was Neuigkeiten oder eine neue Richtung mir anzeigt, das Versuche mal Gedanken machen, das ist oberhalb von dir, das sind deine Gedankenwelten, da deine Richtung ändern und diese Richtung schauen und das auch mal wahrnehmen, weil das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass du mit Fremdsprache, mit Ausland, mit Reisen, da vielleicht Richtung Süden in diesem Bereich beruflich dich verwirklichen kannst und vor allem verbindet sich auch die Finanzkarte mit diesem Auslandreisen. Es ist noch keine Schritte, es ist noch keine Empfehlung von mir, dass du sofort in diese Richtung etwas bewegen sollst. Mein Rat ist, einfach das mal verinnerlichen, Gedanken machen. Wenn das zu dir etwas sagt, wenn dich das begeistert, das wäre eine Richtung, wo du Erfolg haben kannst. Dann war deine Frage noch, was du studiert hast. Es sind zwei Richtungen, die eine nenne ich mal als Hauptfach und die andere nenne ich mal als Nebenfach und hast gefragt, welche Richtung wäre passend. Hier, was auch die aktuelle Situation zeigt, also das wäre, was für dich aktuell sein kann, wo du jetzt schon Schritte machen kannst. Die Auslands würde ich erstmal nur verinnerlichen, gedanklich, aber noch keine Schritte zu machen, weil das ist noch nicht die richtige Augenblick. Wo aktuell ist, das ist dieser Bereich und das ist ein Nebenfach, weil das ist schon Kreativität, Kunst, vielleicht ein bisschen umwegen und noch etwas dazu lernen. Das Buch zeigt noch an, das Lernen, das wäre eine Möglichkeit, aber kein großes Studium, weil diese Karte Klee bedeutet nicht nur Glück, sondern bedeutet wenig. Also kein richtiges Studium dazu, sondern ein wenig noch dazu lernen. Und diese Karte Schlanke hat auch mehreren Bedeutungen, mal auf der beruflichen Situation, kann auch bedeuten, dass du noch Umwege machst. Dass du nicht in die gerade Weg gehst, in diesem Nebenfach, was du gelernt hast, sondern du nimmst noch etwas dazu, was noch etwas lernst, machst vielleicht ein bisschen Umweg. Aber hör auf dein Herz. Hör auf dein Herz und geh auch mit dieser kreativen Berufung auch in die Öffentlichkeit. Und diese Karte Schlanke ist nicht nur Umwegen, sondern auch eine Frau. Und diese Frau kann dir dabei helfen, dass du noch etwas lernst und ist auch herzlich. Also eine herzliche Verbindung, hast du Glück dabei und kannst in die Öffentlichkeit gehen, auch wenn sie etwas verschlossen ist, weil die Buch zeigt nicht nur Studium, sondern auch Verschlossenheit, auch wenn sie etwas verschlossen ist, trotzdem herzlich und vielleicht zusammen in die Öffentlichkeit dann zeigen könnt euren Talenten. Dann die nächste Frage ist ein Ortswechsel. Das wäre hier ein Umzug, wenn das wirklich jetzt aktuell wäre bei dir, bei dem Haus, aber das zeigt momentan noch kein Umzug da. Und der Hund ist auch, bestätigt mir, sei treu zu deinem Zuhause. Verändert das noch nicht. Auch wenn du die Fragen hast, das vielleicht mit deinem Partner, was auch eine feste Partnerschaft ist, ob du vielleicht mit dem Partner zusammenziehen kannst. Hier wäre dein Partner oder hier ist, hier ist dein Partner, die männliche Hauptperson. Es ist zwar das Glück dabei, zeigt mir die Stern an, also glückliche Momente. Ich betrachte diese Partnerschaft nichts negativ, was mich ein bisschen stutzig macht, dass ihr beide in eine andere Richtung schaut. Du schaust nach rechts, er schaut nach links. Also wenn ich das Bild anschaue, ihr habt wie, es ist Verbindung da und die Schlüssel und diese Kartenstern zeigt mir schon an, du fühlst dich sicher bei diesem Mann. Dann liegt auch das Glück dabei, aber ihr entfernt euch ein bisschen, weil ihr in eine andere Richtung schaut. Es ist keine Trennung. Es sind auch glückliche Momente. Und diese Partnerschaft ist sicher. Und er fühlt auch diese Sicherheit. Also er möchte dich schon behalten. Aber bei dir kommen noch Veränderungen und hier liegt dein Schicksal. Es ist nicht aktuell. Du siehst es noch nicht. Erstens zeigst du Rücken zu diesen Karten. Dann zweitens liegt es unterhalb von dir, was auch eine Zeitkarte ist. Das, was so unterhalb von dir liegt, ist etwas, was du vielleicht verdrängst, aber kann auch als Zeitkarte die nächstes Jahr bedeuten. Es ist wieder die Intuition gefragt, wie man das so empfindet in Karten. Mein Gefühl sagt dazu, und es bestätigt mir erstens diese Karte, die Schicksal. Und da liegt ein zweiter Mann da. Diese Karte bedeutet Veränderung, aber auch die Zahl 2. Und hier sind die beiden Herren dein Partner, aber noch ein anderer auch, was im Weg ist. Und hier ist das Schicksalskarte. Dein Schicksal führt in dein Lebensweg noch ein zweiter Mann. Aber bedeutet auch wie ein so Kreuzung. Und das Weg passt ganz gut zu diesem Kreuzung. Diese Karte Weg ist auch wie eine Kreuzung. Das bedeutet, dein Partnerschaft, die jetzige, ist sicher und stabil. Führst du dich dabei sicher und er auch. Aber ein Zusammenziehen zeigt mir die Karten hier nicht an. Noch nicht. Wenn du das möchtest, sicherlich kannst du nächstes Jahr mit diesem Mann auch zusammenziehen. Aber das Schicksal ändert dein Zukunft. Und du wirst zu einer Kreuzung kommen nächstes Jahr. Wo bei diesem Kreuzung, und es zeigt beide Karten an, das Weg, aber auch das Kreuz. Bei dieser Kreuzung bleibst du für einen Moment stehen und sagst, überlegst dann, in welche Richtung soll das weitergehen. Gerade aus, links oder rechts. Du wirst zwischen diesen beiden Männern nächstes Jahr eine klare Entscheidung treffen. Ich hoffe, dass ich dich nicht allzu unsicher mache mit dieser Aussage. Und ich möchte dir vielleicht auch empfehlen, mach dir jetzt keine Gedanken, große Gedanken. Oh, was kommt dann nächstes Jahr? Sondern betrachte das mal die Moment, die Augenblick, das Gegenwart und genieße diese Zeit. Auf deine konkrete Frage jetzt, ob ihr jetzt zusammenzieht, würde ich sagen, im Augenblick noch nicht. Und vielleicht wirst du später dankbar sein dafür, dass ihr keine schnelle Entscheidungen getroffen habt. Ja, er verlässt dich nicht, weil er hält dich sicher im Hand, macht auch über dich Gedanken. Aber in deinem Schicksalsweg kreuzt sich noch jemand und wirst du nächstes Jahr in eine Situation kommen. So ähnlich wie jetzt in die beruflichen, soll das die Hauptfach sein oder die Nebenfach. Und nächstes Jahr kommst du wieder in eine solche Situation. Vielleicht ist es deine Lernaufgabe, klare Entscheidungen treffen im Leben, wichtige Entscheidungen. Weil hier geht es um wichtige Themen, Berufung und dann auch die Partnerschaft. Hier, wenn da Neuigkeiten kommen, eine klare Entscheidung, dieser Mann oder dieser Mann. Beide verbindet, wenn du diese wie ein Dreieck betrachtest, wie ein Dreieck, beide gibt dir ein Zuhause. Also du kannst mit beiden deine Zukunft aufbauen. Und vielleicht jetzt noch keine schnelle Entscheidungen mit deinem jetzigen Partner zusammenziehen. Und was dir die Stabilität gibt, das ist die Elternhaus. Wenn ich das zusammenfasse. Diese Wolke, die Unklarheiten, verzieht sich bald. Es bietet sich in die nächste Zeit ein Vertrag an, aber sei vorsichtig, weil das wäre eine falsche Entscheidung. Orientieren beruflich, wenn ich die beiden Fächer, was du mir beschrieben hast, ist eine bessere Lösung oder besseren Weg, die Nebenfach wählen. Und das ist die augenblickliche Situation, wo du dich verwirklichen kannst. Und es ist eine Dame da, die mithilft. Sie ist zwar ein bisschen verschlossen und schwierig, da einen Zugang zu finden, aber sie wird sich ihr Herz öffnen. Und es wäre eine schöne Verbindung mit dieser Dame. Da kannst du etwas in Bewegung setzen beruflich und noch dazu etwas, es ist kein langes Studium, sondern etwas noch dazu lernen. Vielleicht gerade von dieser Dame etwas lernen. Und das wäre momentan mal, wo du anfangen kannst beruflich. Hast du mehr Erfolg als mit deinem Hauptfach. Wenn du ein bisschen deine Richtung änderst, dann wirst du wahrnehmen, dass im Ausland oder Fremdsprache oder Reisen in diesem Bereich kannst du dich neu orientieren beruflich. Wenn etwas jetzt du verändern solltest im Leben, wie zum Beispiel ein Umzug oder ein neues Studium, du hast im Augenblick die Kraft nicht dazu. Also versuchst, kleine Schritte machen und erst mal Gedanken machen für die neue Richtung. Und dann kannst du so mal etwas in Bewegung setzen. Momentan ist die berufliche Situation besser und dadurch könntest du auch deine Finanzen verbessern, weil die Finanzkarte hat schon eine Verbindung zu diesem Ausland. Was du jetzt wahrnimmst, finanziell, das bedrückt dich ein bisschen. Also du hast auch finanziell, bist du etwas eingeschränkt durch das Studium und das versuchst ein bisschen verdrängen alles. Aber du hast auf jeden Fall die Kraft, da Klarheit zu bekommen und dann verzieht sich diese Wolke. Du musst nur ein bisschen in andere Richtung schauen und es liegt auch der Erfolg da. Die Sonne bedeutet auch Erfolg und Glück. Und hier wäre es möglich, eine Verbindung zu gewinnen. Aber erst mal Gedanken, weil sonst wäre das vielleicht momentan alles zu viel. Das wäre der erste Schritt, die Nebenwag. Das wäre der zweite Schritt, die Neuorientierung. Und deine Partnerschaft ist sicher. Das zeigt mir diese Karten. So empfindest du das auch und er auch. Die Sterne zeigt auch Glück an. Aber es sind noch Hindernisse da. Rundherum sind noch Hindernisse da. Und vor allem, ihr schaut in andere Richtung an. Versuche das so annehmen und so deine Partnerschaft leben und genießen, wie bis jetzt. Und versuche jetzt nicht da eine Veränderung machen, wie zum Beispiel zusammenziehen, sondern versuche das so akzeptieren, wie das ist. Und warte aber, wie das alles bis nächstes Jahr entwickelt. Weil nächstes Jahr kommst du zu dieser Situation, was hier unterliegt, was für dich im Augenblick noch nicht sichtbar ist. Aber diese Reihe von Karten zeigt mir an, was da kommt, was da kommt. Und dann ändert sich bei dir auch monnlich, kommt aber ein zweiter Mann in dein Leben und das ist wie ein Schicksalsweg. Diesen Mann kennst du nicht, weil diese Karte Mond zeigt die Nacht an. Das heißt unsichtbar. Jetzt mal in Karten legen. Dieser Mann ist für dich noch unsichtbar. Du kennst ihn nicht. Wie wirst du ihn kennenlernen? Durch Freundschaften. Hier verbindet sich diese Karte. Durch Freundschaften. Dann könnte ich mir vorstellen, möchte ich nicht hundertprozentig das behaupten, dass dieser Mann Verbindung hat zu dieser Dame. Wobei das ist, auch wenn das Herz da liegt, sehe ich nicht als Beziehung. Beziehung. Aber durch Freundschaften, durch andere, auch durch dein Nebenfach, dieser beruflichen Umfeld, wirst du diesem Mann nächstes Jahr begegnen. Und hier, wenn ich von hier aus sehe, dann Zukunft, das könnte dann deine Familie sein. Ein Neuanfang oder Kindersegen. Beides. Das ist auch die Zahl 2. Also so kann ich deine Situation beschreiben. Mach jetzt Gedanken, wie könntest deine Berufung leben. Was ist genau das, was in deinem Herzen liegt. Versuche aktiv sein, eher das, was als Nebenfach du gelernt hast. Keine großen Schritte machen, kein neues Studium oder Umzug, weil das kostet dir Kraft und du hast momentan diese Kraft nicht. Die Beziehung genieße das, genieße diese Stabilität, genieße diese schönen Momente. Lebe deine kreative Art. Dein Freundeskreis erweitert sich. Ich behaupte, es kommt noch ein zweiter Mann, wo wichtig ist in deinem Leben. Und dann stehst du nächstes Jahr vor einer Kreuzung, wo eine Entscheidung triffst. Und das wäre mal eine Veränderung. Natürlich möglich ist es auch, dass du mit deinem jetzigen Partner da zu einer Bindung eingehst und Familien gründest. Man kann nicht sagen, wer ist besser, eine oder die andere. Ich würde sagen, die haben 50-50% Chance in deinem Leben. Aber höre auf dein Herz. Höre auf dein Herz, wo dein Leben ist. Da liegt die Entscheidung. Und momentan mach aber keine Gedanken, was in einem Jahr noch kommt. Sonst macht es dich unsicher ein bisschen. Aber versuche im Augenblick noch nichts zu befestigen, weil da kommen noch Veränderungen. Das wollte ich einfach vermitteln damit. Und das war jetzt das gesamte Bild, was ich hier von den Karten vermitteln kann. Auch wenn du momentan beruflich noch unsicher bist und etwas orientierungslos. Du hast schon was studiert, du hast was in Hand und da wo du wirklich gut bist und wo du Erfolg haben kannst. Das ist deine Kreativität und das ist eindeutig dein Nebenfach. Da kannst du etwas schon bewirken und da hast du erst Erfolge und neue Kontakte und herzliche Kontakte. Und dann kannst du immer noch überlegen, was wäre noch die wirkliche wahre Berufung. Orientiere dich nach Fremdsprachen, nach fremde Kulturen, nach Reisen, nach Ausland. Und das könnte eine Richtung sein, was zu dir vielleicht passt oder begeistert, wo du dann auch Erfolg hast. Nicht nur das Ansehen, Anerkennung, sondern auch finanzieller Erfolg. Und das kann auch beides zusammenwirken, dass du deine Kreativität, dein Nebenfach auch weiterhin behalten kannst. Aber auch mit dieser Richtung vielleicht aktiv wirst. Da bist du in deinem Richtungsende. Umziehen jetzt in eine andere Stadt. Würdest du überfordert fühlen, finanziell eingeschränkt. Würde auch nicht ganz gut laufen und Verträge gerade wie Mietvertrag jetzt unterschreiben. Oder ein neuer Arbeitsvertrag in einen anderen Ort. Sei eher vorsichtig. Versuche jetzt mal das behalten. Pflegen, was du hast. Und nicht nur die Partner gibt dir diese Unterstützung und diese Stabilität, sondern auch dein Elternhaus. Und verändere das noch nicht. Und dann warte, wie dein Schicksal dein Leben ändert. Und dann bekommst du nächstes Jahr Orientierung. Wie geht mit der Partnerschaft weiter? Welche Richtung? Dann kommt es in die Frage Zusammenziehen. Dann kommt in die Frage Familiengründung. Auch Kinder. Also all das wird dann Thema sein. Es sind zwei Männer in deinem Leben, wo eine wichtige Rolle spielen. Denn dann, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht sagen, eine oder andere ist besser oder schlechter. Überhaupt nicht. Sondern diese zwei Wege sind für dich offen. Und dann triffst du die Entscheidungen, mit welchen du diese Familien gründest. Und das gibt dir die Veränderung wohnlich und auch dann natürlich auch die Sicherheit und die Stabilität. Und dann ist das die richtige Augenblick. Umziehen, wohnlich verändern, dann in feste Partnerschaft einzugehen. Und es braucht einfach Zeit. Und das war mein Kartenbild oder die Erklärung dazu. Und zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass ich auch telefonische Berachtung mache. Habe ich mein eigenes Hotline. Und ich freue mich natürlich auf die Anrufe. Unten sind die Telefonnummern eingeblendet. Und ich bedanke dir, Aurora, alles Liebe. Und ich bedanke auch für das Zuschauen. Eure Dendera.